Die Schlacht von Schaulen wurde am 22. September 1236 zwischen Verbänden des liefländischen Schwertbrüderordens und heidnischen Schemeiten geschlagen. Die Schwertbrüder erlitten eine schwere Niederlage, die dazu führte, dass sie 1237 als liefländischer Orden im Deutschen Orden aufgingen. Die liefländischen Ritter, angeführt von ihrem Ordensmeister Volkwin von Naumburg, befanden sich in den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts in einer verzweifelten Lage. Ihre finanzielle Situation war angespannt und ihre Schlagkraft nahm ab. 1236 verfolgte Volkwin mit der Unterstützung des Fürsten von Pleskau einige Schemeiten nach Süden in deren Siedlungsgebiet in Niederlitauen. Begleitet von einem größeren Kontingent holsteinischer Kreuzfahrer überfielen die Ritter einige Dörfer. Auf dem Rückzug nach Norden trafen sie jedoch an einer Furt auf eine Einheit von Schemeiten und Litauern, die ihnen Widerstand entgegensetzte. Die Holsteiner fürchteten im sumpfigen Gelände ihre Pferde zu verlieren und lehnten es ab zu Fuß zu kämpfen. Deshalb mussten die Ritter ein Nachtlager errichten. Am folgenden Morgen attackierte ein Verband, der aus Schemeiten unter der Führung Fürst Weikintas und Litauern unter der Führung Fürst Maindaugers bestand. Die Schwertbrüder von Westen, deren leicht bewaffnete einheimische Verbündete ließen sie im Stich und flohen vom Schlachtfeld. Während die schwer gepanzerten Ritter und Kreuzfahrer auf dem sumpfigen Terrain unterlegen waren und fast vollständig vernichtet wurden. Auch Volkwin kam ums Leben. Diejenigen, denen die Flucht gelang, wurden auf dem Weg nach Riga von den Semgeln getötet. Ort des Geschehens Die liefländische Chronik des Hermann von Wartberge bezeichnete den Ort der Schlacht mit Interam Sauleum, also im Land der Schauler. Die heutige litauische Stadt Siauliei und die heutige lettische Kleinstadt Weg Saule etwa 85 Kilometer voneinander entfernt, markieren ein begrenztes Gebiet, in dem die Schlacht stattgefunden haben dürfte. Dies und das Saule Saule steht sowohl im lettischen wie im litauischen für die Sonne. Die Schlacht wird deshalb manchmal auch als Sonnenschlacht bezeichnet. Die lettische Fug-Metal-Band Sky Forger hat mit Kauja Pai Saules der Schlacht ein ganzes Album gewidmet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017